Wenn es stimmt, dass guter Wein sich selbst verkauft, dann braucht eine gute Band auch keine Werbung. Aber gute Weine kriegen bunte Etiketten. Und gute Bands stehen mit bunter Werbung besser da. Aber wie stehe ich jetzt da, der ich weder eine gute Werbung bin noch in einer guten Band singe? Mir bleibt nichts übrig, als euch zu bezirzen. Und beginnen will ich mit den Frauen. Ich wundere mich, dass ihr ständig den Mund aufmerkt, Senior Benedikt. Kein Mensch hört euch zu. Frau Zicke von Hochmut, Lady Verachtung, ihr lebt auch noch. Wie soll die Verachtung sterben, wenn sie so artgerecht gefüttert wird wie mit Senior Benedikt? Seltsam. Alle Ladies sind in mich verliebt. Ihr allein ausgenommen. Und ich wünsche mir von Herzen, ich wäre nicht so herzlos, denn ich liebe keine. Ja, und ist das nicht ein Segen für uns Frauen, dass wir uns nicht mit einem so mäßigen Liebhaber herumschlagen müssen? Ich danke Gott und meinem kalten Blut, dass wir diesbezüglich einer Meinung sind. Lieber höre ich meinen Hund nach einer Krähe bellen, als einen Mann von Liebe labern. Na, gebe Gott, dass ihr weiterhin so denkt. So erspart sich der eine oder andere arme Kerl das Schicksal eines zerkratzten Gesichts? Wäre es ein Gesicht wie eures, würden es ein paar Kratzer doch optisch aufwerten. Bringt ihr die Sprüche euren Papageien bei? Lieber ein Papagei mit meiner Zunge als ein Pferd mit eurem Maul. Wäre doch mein Pferd so schnell wie eure Zunge und so ausdauernd. Ihr habt einen Witz wie einen Kettenhund. Total verbissen. Eurer ist mehr wie eine Hummel. Sehr dick und sticht nicht. Nicht? Na dann macht alleine weiter. In Gottes Namen. Ich passe. Wenn's ernst wird, macht er schlapp. Ich kenne ihn von früher. Und bis 14. März könnt ihr unser Crowdfunding unterstützen. Auf startnext.com slash downwithlovereloaded. Danke.